Und ich weiß gar nicht warum, aber wenn sie dich ins Polizeihauptquartier bringen, dann wird sie dich dort erwarten. Gut, diesmal hast du mich vielleicht besiegt, Blödmann, aber ich werde dich doch kriegen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue! Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Baby Born, aber weine doch nicht! Baby Born hat jetzt so viele neue Accessoires. Schicke Kleider, leckeres Essen, viele zauberhafte Menüs. Und das neue Pflegeset. Mit Baby Born ist es wunderschön, eine Mami zu sein. Baby Born, Zapf, wovon Kinder träumen. Haribo macht Kinder froh und er wotts Leben so. Haribo-Lakritzschnecken. Wahnsinn. Tasmania. Das teuflische Vergnügen. Das verfressendste Biest seit der Findung des Krümelmonsters tobt durch abartige Jagdgründe und frisst sich durch die Widerwärtigkeiten des Dschungelalltags. Tasmania. Einfach zuschnappen. Seega. Der Bessere gewinnt. Baby Blocksberg. Was soll der Wetterfrosch? Ene mene fetter Frosch. Wie wird das Wetter? Hex, hex. Quack, quack, quack. Sonne, Regen, Sonne. Der Wetterfrosch. Eine total verrückte Geschichte mit Bibi Blocksberg. Glitzer, Glitzer, Strand, Barbie. Warum glitzert sie so? Ihr langes Haar glänzt wie Gold und ihr Schmuck glitzert so toll. Auch der Bikini blinkt wie nie. Wow, Zauberlowschi. So schön ist sie. Hi. Glitzer, Glitzer, Strand, Barbie. Grämen sie ein, von Kopf bis Fuß. Guck mal, wie glitzerst du. So schön ist sie. Glitzer, Glitzer, Strand, Barbie. Glitzer, Strand, Barbie kommt mit einer glitzernden Bodylotion zum Eincremen für Barbie und für dich. Neu von Mattel. Flickflack. Die Schweizer Uhr für Mädchen und Jungen. Glitzer, 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 Glitzer. Glitzer, 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 Glitzer. Flickflack. Für Mädchen und Jungen. Er ist wieder da. Sonic 2. Diesmal mit seinem Freund Tails. Zu zweit doppelt so schnell, doppelt so knifflig und doppelt so haarströmend. Sonic 2. Das Videospiel. Igel schnell und fuchs teufelswild. Sega. Der besser gewinnt. Was jetzt kommt, ist nix für Erwachsene. Ein Hamburger. Und? Eine kleine Portion Pommes frites. Und? Ein kleines Getränk zum Aussuchen. Und? Eine tolle Überraschung. Das ist die Junior-Tüte von McDonalds. McDonalds ist einfach gut. Kennst du schon, jeder kann malen? Das ist mein Hund Dusty. Und ich habe ihn selbst gemalt. Mit Malen nach Zahlen ist das ganz einfach. Auch du kannst tolle Bilder von deinen Lieblingstieren malen. Mit echter Ölfarbe und Bilderrahmen. Probier's doch mal. Jeder kann malen. Von Rabensburger. Einfacher geht's nicht. Galak hat den Schatten entdeckt. Den holen wir uns. Hey! Ach, Menno. Galak hat eine Idee. Yippie! Galak? Galak ist die neue weiße Schokolade mit viel Gutem aus der Milch. Für Kinder. Von Nestlé. Galak! Mein kleiner weißer Traum. Wow, lecker! Hey du. Ja? Mach mir den Cyber Razor Cut. Cyber Razor Cut? Achtung, Achtung. Den Sega Mega Drive gibt's jetzt auch in der Askese-Ausführung. Also mit Servolenkung, aber ohne ABS, ohne Airbag, ohne Alufelgen, ohne elektrische Fensterheber, ohne von innen verstellbare Außenspiegel und ohne Spiele. Ohne mit der Wimper zu zucken. Einfach so zu einem sensationellen Preis. Sega. Der Bessere gewinnt. Der Bessere gewinnt. Die müssen verrückt sein. Hey, Donnie! Sag mal, was soll dieser ungezüchelte Heiterkeitsausbruch? Äh, bitte wie? Der was? Na, dieser Heiterkeitsausbruch, was soll das Gelächter? Wir sind doch nicht zum Spaß hier, wahrhaft. Also wenn ich dich so ansehe, kann ich nur sagen, sind wir doch. Also Frechheit. Ich lach aus einem ganz anderen Grund, Mann. So, na sag schon. Weißt du, was ich gemacht habe? Nein, aber du wirst es bestimmt gleich sagen. Ich verrat's dir. Ich hab Felix Stachel Seifenflocken in sein Müsli gemischt. Ist das nicht gut? Ist nicht wahr. Seifenflocken in sein Müsli gemischt? Ja, ja. Hat er's gegessen? Und wie? Und was macht er jetzt? Er schreibt. Er schreibt. Er schreibt. Er schreibt. Blub, 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 blub. Blub. Wir waren einmal vier ganz gewöhnliche Teenager, bis wir eines Tages neue Freunde gewannen, die von außerhalb der Stadt kamen. Sie nannten sich Astrodinos. Sie nannten sich Astrodinos. Meine Freunde...